Unser Gast in Lesen heute ist ein Mann, der liest, der Musik macht, der sehr schnell reden und sehr schnell denken kann, der über das herrliche Thema nichts als Krach promoviert hat, der immer tipptopp wie aus dem Eigepellt angezogen ist und darüber aber eine äußerst kecke Frisur sitzen hat. Er wird nächste Woche 51 Jahre alt, er ist in Münster geboren, er lebt immer noch in Münster. Wenn er aber mal rauskommt in die große weite Welt, dann kommt er nach Köln und zu uns in die Sendung Lesen. Ich freue mich sehr auf Herrn Dr. Götz Alsmann. Dr. Römer Wetter. Gut, ne? Hallo. Setz dich. Ja, dein großes Thema ist ja eigentlich die Musik, aber wie ich sehe, du kannst auch lesen. Du hast sofort begeistert zugesagt und hast gestanden, dass deine Schwäche historische Romane sind oder im weiteren Sinne. Ja, also eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was meine Schwäche ist, aber es gibt ein Thema, das sich seit meinen Teenager-Tagen durch mein Leben zieht und das ist dieser große Kulturkreis Balkan-Kaukasus-Zentralasien. Und alles, was damit in irgendeiner Form zusammenhängt, angefangen von den Reiseerzählungen Marco Polos oder irgendwelche Genghis Khan-Aufarbeitungen. Du hast die zu viel Karl May gelesen. Nein, aber ich war als 17-Jähriger mal im Kaukasus. Ach so, ja. Das ist natürlich... Das ist zu kompliziert zu erzählen, wie es dazu kam, aber plötzlich war ich halt da und das Ganze verbannt sich mit so einer nebulösen Erinnerung an einen kindgerecht geschriebenen Marco Polo-Roman und plötzlich war ich im Thema und es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und seitdem hast du gesucht und richtig geforscht, wo gibt es Literatur, die diese Leidenschaft befriedigt? Genau, und diese Wege führten mich über die Jahrzehnte immer wieder in Antiquariate. Immer wenn ich irgendwo auf Tournee bin, weiß ich natürlich auch, da gibt es ein schönes Antiquariat, da guckst du mal rein. Und ich bin dann schon vor vielen Jahren über ein paar Bücher eines ominösen Mannes namens Esad Bey gestolpert. Ich habe hier so ein Esad Bey-Buch dabei, das ist z.B. der Kaukasus, seine Berge, Völker und Geschichten. Interessant geschrieben, mit interessanten Fotos oft angereichert. Und hier sehen wir z.B. einen Derwisch aus Dagestan, fotografiert noch vor der Oktoberrevolution, eine Bäuerin aus Aserbaidschan. Also tolle Dokumente. Er hat auch romanartige Sachen geschrieben, dieser Esad Bey. Und mich hat damals immer gewundert, wieso ein Mann mit Namen Esad Bey ein Buch schreibt, das offensichtlich nicht übersetzt worden ist. Das heißt also, dieser Esad Bey hat in deutscher Sprache geschrieben. Muss also vermutlich irgendwo im deutschen Sprachraum gelebt haben. Dann bist du auf das gekommen. Und dann bin ich vor einigen Jahren zu einer Presserezension über dieses Buch gestolpert. Und jetzt ist es auch in deutscher Sprache erhältlich und ich kann es nur empfehlen. Tom Reis, der Orientalist, der Untertitel ist die Geschichte oder auf den Spuren von Esad Bey im Osburg Verlag erschienen. Und ich muss dir sagen, ich habe das dann gelesen, mit Vergnügen, ich bin noch nicht ganz durch. Und ich habe immer gedacht, der ist doch fake, den gibt es doch gar nicht, diesen Esad Bey. Der hat lauter verschiedene Namen. Erst heißt er Lev Nuss im Baum, dann heißt er Esad Bey, dann heißt er Kurban Seid. Erzähl mal, was ist wahr, was ist fake. Dieser großartige Mensch wurde 1905 geboren in Baku. Wer jetzt? Tom Reis oder Esad Bey? Erstmal der Esad Bey. Gut, Tom Reis ist nur der Chronist. Der größte ist der Chronist, der im Übrigen, das muss man sagen, dieses Buch ursprünglich für amerikanische Leser geschrieben hat. Das heißt, er hat keinerlei historische Kenntnisse vorausgesetzt und hat dann in diesem Buch auch sehr ausufernd noch die Geschichte Europas im frühen 20. Jahrhundert dargelegt. Ist aber auch spannend und nett geschrieben, hat nur bedingt dann mit Esad Bey zu tun. Also, um auf Esad Bey zurückzukommen, Esad Bey wurde in Baku geboren, der aserbaidschanischen Hauptstadt, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die Ölhauptstadt der Welt war. Also die ganze Ölindustrie der Welt fand im Prinzip in Baku statt. Und dort kamen Leute aus allerheren Länder hin. Baku war sehr weit weg von Moskau, das heißt zum Beispiel eine intolerante Moskau, beziehungsweise St. Petersburger Atmosphäre, Pogrome und dergleichen mehr, das gab es alles in Baku. War es reich auch, so reich wie heute die Ölscheiz? Ja, es war sehr, sehr reich. Und es gab dort sehr, sehr reiche jüdische Ölbarone, sehr, sehr reiche muslimische Ölbarone, sehr, sehr reiche christliche Ölbarone. Alle lebten auf engstem Raum und einigermaßen harmonisch miteinander. Und dann kam halt die Oktoberrevolution und es kamen Unruhen nach Baku. Und die Bakuer Ölmillionäre zerstoben in alle möglichen Himmelsrichtungen und über einen sehr komplizierten und verschlungenen Weg landete der Ölmillionär Abraham Nussimbaum mitsamt Sohn Lev Nussimbaum irgendwann mal in Berlin, wo er seinen Sohn aufs russische Gymnasium schickte. Und Lev Nussimbaum war ein sehr aufgewecktes Kerlchen. Er hatte sich schon als kleiner Junge für die Geschichte seiner Heimat interessiert, hatte auf der Straße ein bisschen aserbaidschanisches Türkisch gelernt. Und hat allen immer erzählt, sein Vater sei eigentlich ein persisch-türkischer Adeliger und seine Mutter sei eine Revolutionärin gewesen, die dem russischen Adel angehörte. Revolutionärin war sie wohl irgendwie, vielleicht auch, genau, das weiß man nicht. Jedenfalls hatte die Mutter Selbstmord begangen und Vater Nussimbaum landete Samtssohn Lev in Berlin. Jetzt war Lev Gymnasiast, wollte aber gern Orientalistik studieren, hatte aber noch kein Abitur. Was hat er gemacht? Er hat sich als Student der Orientalistik eingeschrieben und einen falschen Namen benutzt. Statt Lev Nussimbaum nannte er sich Esad Bey Nussimbaum. Was ein Wortspiel ist, denn Esad oder Asad, je nach Übersetzung, ist Arabisch für Löwe und Bey ist der türkische Herr. Herr, Löwe, Nussimbaum. Herr Leo Nussimbaum heißt das. Esad Bey Nussimbaum. Und unter diesem Namen hat er dann mit 21 Jahren bereits angefangen für die literarische Welt zu schreiben. Und führte in Berlin so ein Bohemian-Leben. Er lief sehr gerne in orientalischer Tracht herum mit Fez oder mit Turban. Er erzählte überall, dass er halt der Sohn eines ehemaligen persisch-türkischen, was ist denn ein persisch-türkischer Potentat? Aber jeder hat es ihm geglaubt. Er ist ja nicht auch sogar konvertiert? Ja, er ist mit 17 bereits zum Islam konvertiert. Also er war sehr fasziniert von dieser ganzen Welt, war aber eigentlich noch faszinierter einfach von dieser Erinnerung seiner Jugend an eine wunderbare, harmonische Welt, in der alle Religionen zusammenlebten. Und das ist nämlich das, was das Buch so vermittelt. Dass es möglich ist, dass diese Religionen, die sich heute so bis aufs Blut, aufs Messer und weltweit terrormäßig bekriegen, dass sie vollkommen zufrieden waren. War ja in Sarajevo genauso. An einem Ort zusammenleben können, bis irgendein Idiot auf den Gedanken kommt, wir sind mehr wert und wir führen jetzt Krieg. Das Gewaltpotenzial der Religion war in Baku unbekannt, weil alle gleich reich waren durch das Erdöl. Es ist ja in dem Buch jetzt ein sehr schönes Bild von einer christlich-muslimischen Weihnachtsfeier für Kinder. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich suche mal weiter, ich suche. Na gut, also SAB war ein bekannter Mann. Mit seinem orientalischen Outfit ging er durch die Berliner Literatencafés, verkaufte seine Artikel an Literarische Welt, veröffentlichte eine Mohamed-Biografie, die heute noch Gültigkeit hat, veröffentlichte interessante Reisebücher über Reisen, die er so selbst eigentlich nicht unternommen hat und galt allgemein als großer Fachmann für den Orient im Berlin der 20er Jahre. Witzig an der Geschichte war nur, dass er gern auch Gesellschaften in seiner Wohnung in der Fasanenstraße abhielt und dort trafen dann seine Gäste immer auf den orientalischen Märchenprinz seinen Vater, der aber dort einfach nur Abraham Nuss im Baum war, im Maßanzug rumsaß und sich wunderte, was sein Sohn für komische Freunde hatte. Ich zeige gerade die christlich-muslimisch-jüdische Weihnachtsfeier, 1913. Lef ist dieser Junge hier, mit den großen Ohren. Ja, wunderbar, also spannend. Und wenn man das liest, es ist eine Mischung aus Tausend und eine Nacht, aus historischem Roman und man hat immer das Gefühl, das hat er doch erfunden, das gibt es doch nicht alles. Aber alle schönen Märchen, auch wenn sie Wahrheitsgeld haben, haben natürlich irgendwann ein Ende. In richtigen Märchen ist es meist ein sehr schönes Ende, aber dies ist leider ein wahres Märchen und das Ende war dann nicht so schön. Durch eine unglückliche Ehe mit Erika Löwendahl, einer ja minder bekannten Dichterin der 20er und 30er Jahre, kam er dann nach Amerika, hatte dort auch Angebote zu schreiben, erlangte dort auch eine gewisse Popularität, ging aber wieder zurück nach Europa, fühlte sich in Nazi-Deutschland sicher, weil er ja längst kein Jude mehr war, sondern zum Islam konvertiert war. Da wurde der Boden mit der Zeit aber doch zu heiß, die Schriftkammer schloss ihn aus, er ging nach Italien, was damals zwar faschistisch regiert, aber noch nicht antisemitisch war. Also das ist auch heutzutage ja gar nicht mehr bekannt, dass Mussolini ja von Haus aus eigentlich kein Rassist und kein Antisemit war, aber dann ab 1938 wird es auch schwierig und er zog sich in eine Art Künstlerkolonie nach Positano zurück und dort ist er dann 1942 sehr elend gestorben, verarmt, vergessen. Die Knochen waren ihm zerbrochen. Genau und das Interessanteste überhaupt, und dann höre ich auch auf mit meiner Epistel, das Interessanteste überhaupt ist... Du bist der Gast! Ach ja, da haben wir ja Zeit. Das Interessanteste ist, dass es einen Roman gibt, der heißt Ali und Nino, und der wird heute in dem jungen Staat Aserbaidschan, den es ja erst seit der Fall der Sowjetunion als freien Staat gibt, gilt er quasi als das aserbaidschanische Nationalepos. Dieser Roman stammt von einem Autor namens Kurban Said, dessen Identität eben lange auch im Dunkeln lag. Viele Aserbaidschaner schreiben es verschiedenen Heimatdichtern zu, aber auch dieser Kurban Said, auch das war SAB, der wirklich, der letzten Endes das aserbaidschanische Nationalepos in deutscher Sprache als kleinen Liebesroman geschrieben hat. Toll, also eine Entdeckung, was ganz verrückt ist für alle, die historische Geschichten lieben, das wolltest du vorstellen, es lag dir am Herzen. Das ist das, was ganz verrückt.